Willkommen bei der Zehung von unserem Gewinnspiel Kafflokal von der Nordstadt. Wir haben insgesamt 500 Euro gekauft und heute sehen wir als fünf Hauptgewinner. Für dich zu ermöglichen, kriegt Daniel und Daniel verbunden. Und heute ist der Geistestand, ob das Dach am Dach, der den Orangepunkt liegen bleibt, wird ihn als Hauptgewinner. Jetzt kommen wir heute den ersten Gewinner von Kafflokal aus dem Heckmus Antoni von Moussant. Und der zweite Gewinner von Kafflokal Nordstadt, wird Maillet Kirst-Jackelin von Etelbrecht. Und der dritte Gewinner von 500 Euro, ist Lannas Arlette von Kolmar Biersch. Und der vierte Gewinner von den 500 Euro, ist Gobier-Bank Marlen von Dickrich. Und der fünfte Gewinner von 500 Euro, ist Steichen Netti von Etelbrecht. Glückwunsch und die Eichsfinniv-Gewinner, die in Ockhafsburg am Wert von 500 Euro gewinnen wollen. Die Rastlisch 15 gehen online, ob ein Moussit veröffentlicht. Vielen Dank, dass der Mott gemein heute an der der Eichs-Lokal-Geschaffte an der Nordstadt unterstützt.